Wir sind jetzt im Spice Hotel angekommen. Wir haben das besondere Zimmer gebucht für uns. Hier, das ist mit zeitlichem Meerblick. Himmelbett haben wir mit dabei. Ganz, ganz toll. Schönen Balkon, wo wir draus sitzen können. Ganz tolle Anlage. Hier sind die Villen mit eigenem Poolzugang. Alles super schön. Ein bisschen abgewohnt ist es. Das muss man gestehen. Das ist es halt. Aber super toll von der Einrichtung her. Wir sind leider gerade erst angekommen. Matthias, wie gefällt es dir vom ersten Eindruck her? Mir gefällt das Hotel unheimlich gut. Es tut wirklich das halten, was es verspricht. Es ist schön kitschig, es ist bunt, es ist schrill. Und ja, wir werden euch weitere Videos zeigen von der ganzen Anlage, vom Wellnessbereich, vom Spa-Bereich, von der Poolanlage, von der Rezeption, von den verschiedenen Restaurants, die wir hier haben. Und ja, wenn ihr mehr sehen möchtet, drückt ihr einfach auf Gefällt mir unten für Reisebüro Föller und dann zeigen wir euch die anderen Hotels. Und hier könnt ihr nochmal in das Bad schauen mit Badewanne. Ja, super schön. Guck. Durch geht alles vorhanden, was man braucht. Ein Föhn. Und ach, guck mal wie schön im Spice-Logo ist die Badewanne eingeloggt. Ganz, ganz toll. Ich bin der Hubert. Ich hoffe, die Videos gefallen euch. Unten auf gefällt mir drücken und dann seht ihr weitere Videos. Wir werden hier im Hotel bestimmt noch 20, 30, 40 Videos machen. Und da werdet ihr alle sehen. Sämtliche Bars, Restaurants, Cafés, alles was es gibt. Spa-Bereich wünsche ich euch viel Spaß und bis bald.